Moin Moin Leute, wir sind gerade im Stall. Jetzt stellen wir die Ponys erstmal raus, da brauchen wir aber noch einen Halt bei Aifi. Oh, dein Boden, was hast du denn schon wieder gemacht? Aifi verteilt immer seine ganze Einschreu aus der Mitte an den Rand. Warum auch immer. Wollen wir raus? Ist auch egal wie viel wir da rein tun. Er schafft es immer, die Mitte frei zu buddeln. Ne, Schlingel. Ja, du bist auch gleich dran. Da lass. Er weiß schon, wenn Aifi rauskommt, ist er auch gleich dran. Der wird aber erst geritten. Du kannst aber ein Jahr gar nicht abwarten. Ne, doch nicht. Ne, erst fressen. Fressen ist am wichtigsten. Endlich rasen Alfi, ne? Das ist gutes Gras. Wir haben vor ein bisschen zu springen und deswegen bauen wir jetzt ein paar Sprünge draußen auf dem Platz auf. Wir haben nur ein paar kleine Kreuze aufgebaut, wollen gar nicht viel mit ihm machen. Erstmal langsam anfangen, dass er das ganz brav und in Ruhe springt und jetzt holen wir ihn mal und machen ihn fertig. So, die beiden haben heute frei. Die können sich auf der Koppel austoben. So, Dallas ist jetzt als erstes dran. Ähm, ja genau, wir springen auch jetzt das erste Mal hier zu Hause. Also er ist ja jetzt circa zwei Wochen bei uns. Ähm, und ja genau, er ist ja erstmal ganz chillig und ganz entspannt. Ähm, und erstmal alles kennenlernen und so. Wie auch die Halle. Er fand den Spiegel übrigens total gruselig. Also immer wenn er sich daran angesehen hat, ähm, dachte er so, Nanu, was ist das? Ähm, aber ja, trotzdem war er total lieb und entspannt dabei. Und ja, genau, jetzt springen wir das erste Mal hier. So희! Okay, schön gut! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020